also ich habe viel spaß an so herzlich willkommen zu diesem video ja hier sind noch ein paar aber es fehlt noch ein prozent für fleisch für dosis fleisch und für dass wir was kriegen schau ich mal dass wir hier ein bisschen vorankommen dass wir hier noch mal Pflanzenfresser oder irgendwas irgendwas neues raus haben dass das einfach mal schnarrt Pflanzenfresser Fleischfresser hier so weit egal so wir wollen ja nicht mehr rein wir wollen auch mehr rein so sechs stück 1 2 3 1 2 3 freundschaftlich gedankt ja das wäre hier den bernonicus auch nicht prüfen können also jetzt geht es hier wirklich schlag auf schlag also das heißt jetzt geht es hier ruck so also habe ich nicht gedacht mag alles so was er kommt jetzt an der suche das sind mir auch so kleine mögliche maugen so 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 Und dann. Und dann. Ja. Einfach mal. Sag rein. Fertig. Oh, schön. Ehrlich. Einfach schön. So. Und einfach machen. Und das ist ganz einfach. Und vor allem kann ich ja austun. Das ist doch schön. Ich kann mich austun. Egal. So. Die Geige könnte ein bisschen zu klein sein. Aber ich weiß, was man mischt, weil das nicht so schlimm ist. So, ich will hier noch etwas in den Wort. So, ich will hier noch etwas in den Worten, aber ich will hier noch etwas in den Worten. So. 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 Der Uwe, was wirst du fressen? Ich hab ja da kein gutes Fleisch. Ich muss nur kurz warten, Pumpe. Ich kann es ja mal versuchen. Das war noch kein einziges Mal. Ja. Ja. Das war der Küche. Ja. Ich bin es. Der friert immer neu. Da ist auch ein... Ja, da ist auch ein Frusterton. Ja. Und... Okay. Ja. So. Ich muss jetzt erstmal erforschen. Oder... Ähm... Ja. 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 Vielen Dank. Okay, dann können wir die verwerfen, ja. Schade, ob das geht, aber egal. Wie spät ist das überhaupt? Hm, Zettgefühl oder irgendwas? Ja, ne? Okay. Das sind dann wieder ein paar Pflanzenkasse. Pflanzenkasse, ähm. Hm. Okay. Kommt wieder ein paar Pflanzenkasse. Das war eine Lungle im Fleischkasse. Das kann wieder ein paar Pflanzenkasse. Das war gut. Ups. Habe ich vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Sorry. Hm. 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 Ich bin schon wieder abgeploppt. Und schon wieder abgeploppt. Hm. 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 Oh, das heißt sie meinen definitely Ich denke das lachen. Dann warte mal, sincerst was meine´. Ja, wenn es mit ihm eins macht was so. Theater Oh, okay, ja, schön ein. das ist ein krass, was ist das jetzt tut denn? ...witzige Diskussionen zu führen, nämlich darum, ob sauriger kalt oder warm sind wie die Tiere waren. Seit wir sie hier hart beobachten können, haben wir unsere Antwort. Welche Antwort? Was will ich sehen? Ja, ist aber okay. Kann ich verstehen. Ein bisschen weniger weit würde ich passen. Ist ein bisschen viel. So, ich muss ihn mal sehen. Egal. 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 So, eins. Was? So ist... Das macht so lustig. Und hier mittendurch, einmal die Hyrofiere. Geil! ja 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 kann es mir doch nicht erzählen dass hier einmal noch das ist nicht so gerne da habe ich mir schon was in der Kasse Ja, das war meine Schmerzen. Okay. So, ich würde das Video mal schleuner Sekunden an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.